Hallo und herzlich willkommen am Diversity Campus. Mein Name ist Manuel Breuhofer. Und ich bin Peter Rieder. Wir sind die Gründer des Diversity Campus, der ersten Online-Lernplattform rund um die Themen Diversität, Inklusion, Gleichbehandlung und neues Arbeiten. Der Diversity Campus bietet Ihnen High-End E-Learning-Kurse, etwa zu Themen wie Gleichbehandlung, Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, Inclusive Leadership und vielen anderen Themen. Und jährlich kommen weitere neue Kurse hinzu. Damit können Unternehmen ihre Beschäftigten als auch ihre Führungskräfte in kompakter Form fit in den genannten Themen machen und darüber hinaus unser einzigartiges Learn-Management-System nutzen mit zahlreichen Reporting-Funktionen, anregenden Gamification-Elementen und intuitiver User-Verwaltung. Nicht alle Inhalte lassen sich online vermitteln. Auch Präsentschulungen und Blended Learning-Formate runden das Portfolio ab, etwa zu Themen wie 4 Generationen unter einem Dach, professionelles Generationenmanagement oder Unconscious Bias, Umgang mit unseren unbewussten Vorannahmen. Sie haben Themen rund um Diversity und Inklusion, die Sie gerne als Online- oder Präsentschulung verfügbar haben würden? Lassen Sie es uns bitte wissen und wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam Ihre Wunschinhalte. Denn auch der Diversity Campus selbst lernt laufend von und mit Ihnen. Verschaffen Sie sich gleich einen Überblick über unsere Themen und Angebote auf dieser Seite und schauen Sie sich nicht mit uns in Kontakt zu kommen. Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.